Hey, ich bin's, der Lario. Und ich bin der Muichi und wir spielen eine Runde Rocket League heute wieder. Genau. Okay, Leute, wir sind im Spiel. Ein bisschen brisant gerade. Ein bisschen brisant war das jetzt, bis wir reingekommen sind, aber... Ja. Rocket League at its best wieder mit Lario und Muichi. Auf B gibt man den Booster da. Ich glaube, ja. Ich mach gleich mal ein Tor. Ich hab vorbei geschissen. Ja, mach nix. Soll ich dir eine lustige Geschichte erzähle schon mal? Ja, bitte. Ich hab doch versprochen im letzten Part, weil die Aufnahmesession vorbei ist, dass ich meine Paketverluste in den Griff gekriegt hab. Oh, und du hast nicht getan. Ich hab mich um nichts gekümmert und hoff einfach, dass ich jetzt hier was reißen kann. Pass vor's Tor. Ich mach'n. Nice. Machst du das? Ja. Super. Guck dir das an. Das hat nicht gepasst. Und dann Tor. Oh, jetzt war's abgebrochen. Aber gut. Ja, ich hab's abgebrochen. Ja, das macht nichts. Mein Pass war sichtbar. Das ist wichtigste. Ja, lol. Tor. Lol. Und Leute, checkt diese geile Lario und Muichi Tasse aus. Gibt's bald im Shop. Kleiner Shop. Das ist ein Unikat. Ja, es gibt keinen Shop und es gibt keine... Übersprengt es jetzt. Entschuldigung. Es wird keinen Shop gäbe erstmal. Nö. Also, was heißt erstmal? Ich weiß nix in Planung, oder? Nö. Aber die Tasse ist schick. Die Tasse ist schick und hätte der Lario die heute nicht schon verwendet, hätte er jetzt eine passende Lario Tasse. Ja, aber ich hab mein Espresso eh schon getrunken jetzt. Ja, ich noch nicht. Also, mein Kaffee. Mein Long American Deluxe Motherfuck. Ja, bis das Spiel... Bis... Bis das Spiel geladen hat, hab ich mein Espressos schon... Oder wie die... Wie gebildete Leute sagen, hab ich mein Expressi schon getrunken. Expressi. Jaja. Ja. Ich glaub, ich hab ein Teu erschissen. Oh, nice. Guter Move, guter Move. Echt, findest du? Das sieht echt rollig aus. Leute, ich wollte eigentlich dieses Mal nicht so ein Noob sein. Nein, mit so ein 3-0. Okay, ich flieg weg. Das ist schön, das ist schön. Ich wollte eigentlich nicht so ein Noob sein, aber ihr wisst ja, wie es läuft. Es kommen Dinge dazwischen, wie zum Beispiel, dass ich ein Noob bin. Und dann... Alter, was ist mit den Leuten los? Habt die Leute nicht übel. Danke, danke. Nicht übel. Ist es jetzt kompetitiv? Weil der Fake hat uns ja damals gesagt, im kompetitiven Modus spielt man gegen Leute vom gleichen Level. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt ist. Wir sind einfach irgendwo reingeflutscht. Du hast das ausgewählt. Aber ist ja auch egal. Ich hab auf kompetitiv geklickt. Dann stand dort, Fehler hat irgendwie ein Spieler, ist offline. Dann wollte ich auf Ding drücken, das mir Casual spiele. Und dann... Fuck, Eigentor. Ja, und dann ging das nicht und dann sind wir reingesaugt worden in das Spiel. Genau, was das jetzt ist. Keine Ahnung. Guck dir das an. Mach das weg! Ich hab ein Eigentor geschossen. Ich hab's schon übersprungen. Adrian Mimgaard und Edo Pro X7. Ja, die freundet sich natürlich ein zweiter Ascht, dass ich ein Eigentor geschossen hab. Ich sag's mal so. Ich sag's mal so. Der Move von mir war ein Eigentor. Ganz recht. Ähm... Und diesmal bitte ich nicht so viel im Chat rumzulödeln. Ah, ich bin explosiert. Wieso? Du, das hat uns schon... Das hat uns schon so das eine oder andere Tor gekostet. Ja, aber ich hab ja nicht schnell... Ah! Geh weg! Schön beide zurückstoßen. Ich fahr zurück und hol Booster, obwohl ich noch 87 hab. Voll unnötig, egal. Passt schon. Der wird... Das riech ich doch. Schlecht, Alter. Und das ist noch dein Tor. Das ist mein Tor? Du hast gar nichts gemacht. Ey, aber es macht Spaß wieder. Es macht Spaß wieder. Überspring's doch. Adrian Mimgaard und Edo Pro X7. Was eigentlich das KSV ist, das der Verein, dem du spiele. KSV? KSV? Ja, möglich, Digga. Digga, das weiß man nicht. Lelele. Hey! Dann hab ich dir abstibitzt, Alter. Ich wollte eigentlich so ein... Sowas machen wie gerade eben. Ja! Ich hab nämlich... Ich hab nämlich ein Tutorial gespielt. Nein! Ich hab ein Tutorial gespielt und weiß jetzt, dass man Rolle machen kann, wenn man zweimal den Boost drückt. Sehr, sehr gut. Und auf X kann man driften, ne? Ja, richtig. Auch gut erkannt. Scheiße! Oh, der wär schön. Das wär ne schöne Vorlage von mir. Und dann... hättest du die Sache gelockt... ...der Lachs wär gegessen. Alter, drei Leute vorne am Ball vorbei. Mann, ich treff doch nix. Du Dreck-Sau. Ja, du Dreck-Sau. Ja, genau. Der hat eigentlich nur die Scheiße geschickt. Spiele die nur mit uns? Also drehen die dann noch gegen Ende? Oh! 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 Was war das? Komm schon. Bis bald. Ach man! Schlimm, Alter. Hoffentlich sieht man noch, was ich getan hab. Der war doch voll gut, eigentlich. Na toll, man sieht gar nix mehr. Man sieht gar nix mehr. Und Leute, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt's doch bitte in die Kommentare. Alles unten rein. Genau, weil... Sieger durch Aufgabe. Weil ihr könnt es aus einer anderen Perspektive sehen, sag ich mal. Ihr seht es ja von außen. Und das wär uns wichtig, dass wir das auch mal erfahren, wie man besser wird. Und Leute. Nein, ich sag, was ich sagen wollte, wenn wir wieder im Spiel sind. Okay. Du wolltest was sagen. Ich wollte was sagen, genau richtig. Und zwar, Leute, guckt euch WeWare hier an. Oh ja. Ich hab gesehen, die Aufrufzahlen sind malade unter aller Socke. Dabei ist das wahrscheinlich das beste Let's Play, schnitttechnisch und Let's Play-technisch, das wir jemals gemacht haben. Möglich, ja? Also es ist wirklich... Mir hat es Spaß beim Spielen. Es kommt auch nicht so oft vor. Ja. Und es war einfach... Normalerweise hasse ich alles, was wir tun. Ja. Und es war... Alter, Verteidigung. Weg doch! Ach, du hast mich nicht wegschossen. Nein. Schlimm. Ja, ich hab halt einen Pass in die Mitte gemacht. Ist schon okay. Du hast nur das Beste... Hättest nur nicht gebremst. Egal. Ähm. Egal. Ja, nee, jedenfalls, Leute, schaut doch gern mal vorbei. Ich wollte auch sagen, Leute, ich bin wirklich stolz auf WeBoy hier. Lasst doch ein bisschen Liebe für das Spiel da, weil das macht richtig Bock im Koop. Ja, es ist Gold wert. Und vielleicht... Und vielleicht... Also der erste Part ist, glaube ich, nicht so spannend, aber spätestens am zweiten kickt's halt... Ah, nö! Du, Alter! Richtig rein. Der Yusef macht's. Ich hab keinen Boost. Ja, ja, gut. Oh, du hast mich geboostet. Krass. Das geht. Ja, na loben. Was tue ich hier? Weiß ich nicht. Yay! Locki, flocki. Und ich hatte keinen Boost die meiste Zeit. Das war richtig schick. So. Hier kein Boost. Und dann... Blub! Wow! Dennoch schön reingejümmelt. Wow! Nice! Wow! Wow! Oh, nö! Ich bin kaputt gegangen. Hau weg! Ich wollte. Aber es ging nicht. Wo ist jetzt der Ball hin? Wo bist du weg vom Tor? Wo ist der Ball? Boah, geil, der hat an den Latte geschossen. Bei uns. Oh. Ich hab so einen Boost-Ring für den Latte-Ball-Ring da gehalten. Okay. Flank rüber. Flank! Ich probier's doch! Oder so. Auch okay. Nice. Gute Arbeit. Das war ein absolut Magnificent-Goal. Fake, schreib mal rein. Das Tor war doch okay. Guck her. Ich warte hier. Zack. Und dann früher rein. Ich mein, ich hab den nicht gesehen. Es war keine Absicht. Aber war doch okay, oder? War okay. Also ich sag, es war okay. Und ich... Ich hab die Expertise mit Löffel gefressen. Das stimmt. Ne, aber es wär doch mal spannend zu sehen, ob das Tutorial mir jetzt irgendeinen Fortschritt gebracht hat. Ich find, es läuft runter insgesamt, unser Spiel. Meinsch? Ich hab so's Gefühl, wir sind nicht schlecht so. Ich hab übrigens vorhin beim Dich Anrufe in Discord gesehen, dass der Fake auch gerade Rocket League spielt. Oh. Das ist ja geschickt. Also gerade zur Zeit der Aufnahme schaust du Rocket League Fake. Spielst du Rocket League? Was? Du hast schaust gesagt, oder? Ja, ich bin gerade hier irgendwie... Im Zweikampf, ich seh's. Was war das? Ich bin rein. Mist, den hab ich verfehlt. Schlecht. Aber das haben wir noch im Griff. Das haben wir im Griff. Hau weg. Hau... Uh. Leute, das ist so nervenaufreibend. Ja, ich weiß, ich kann gerade gar nicht reden. Ich kann gerade... Oh, der hat über mich drüber gelupft. So ein... Dann... Wenn wir ruhig sind, dann packe ich einfach wieder Swordland rein. Von SAO, ne? Das ist episch. Das war super episch. Aber ich glaube, die Kampfmusik von Assassin's Creed Brasser hat. Wär auch echt... Oh. Ja. Die müsste ich noch von Stronghold rumlegen haben. Also, weil ich sie da ja verwendet hab. Wo ist denn der Ball jetzt schon wieder? Ich find den Ball nie. Oh, ne. Ich hab ihn ganz verpasst. Der wird... Oh, ne. Nein, kämpf dagegen an. Ich hab's gesehen und ich konnte nix tun. Ärgerlich. Das gucken wir uns an. Wow. Oh, es steht 2 zu 2. Wir müssen mal ein bisschen... Wir müssen ein bisschen Zucker geben. Gestuft den Ball? Ne, ich geh. Bleib hinter. Ich verteidig. Ja. Hast du gesehen, wie ich den Zweikampf für mich entschieden hab? Ne, sorry. Ich musste gerade ein bisschen... Ich protecte mal hier ein bisschen. Und wenn er auf mich zukommt, dann hau ich ihn einfach weg. Hast du das im Griff, Junge? Ne, hab ich nicht. Ich hab auch irgendwie ein Tutorial gespielt. Ich weiß, ich reiht gerade ein bisschen auf meine Tutorials rum. Junge, da konnte ich gar nix machen. Ich hab ein Torwart... Ja, ist ja gut. Ich hab ein Torwart-Tutorial gespielt. Ja. Und irgendwie erschien mir das nicht so nützlich, weil ich bin ein schlechter Torwart. Okay. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Da kann man nix machen. Weil da ging's dann drum, dass du abwärst, wenn du in der Torlinie stehst. Lol. Wenn du an der Torlinie stehst. Und irgendwie erscheint mir das total sinnlos, weil du kommst ja an viele gar nicht ran. Das kann sein. Nur mit Booster oder so, ne? Ja, ja, ja. Ich find halt die Moves krass, wo der Fake-Als macht. Hau den weg! Nein, ich wollte doch! Wo er an der Decke schwebt und in so einem Ding nimmt, oder was? Wo er rumfliegt und dann plötzlich so von oben... Wie ein Adler. Wie ein Adler. Ey, das ist schon magisch. Na, komm schon. Oh, die Führer noch. Ja, aber das gewinnen wir noch. Was sind das für Lutscher? Ich weiß nicht, was... Bleiben die beide? Oh, 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 ja, der sieht gut aus. Den hab ich. Ich hab'n. Hast du? Ich wart' hier. Ich hab'n nicht. Ich wart' hier. Wo wartest du? Ich hab' eigentlich... Warte wohl, aber jetzt ist irgendwie... Ich hab'n umgedreht. Ich wart' hier, bis der Boost wieder kommt. Guter Plan. Ich hab' Boost. Sehr gut, erledigen Sie diese Leute. Schaffen Sie mir die erst den Augen. Gut. Ich bin tot. Das ist kein Problem. Ich auch. Ne, ich hab'n zerstört. Ich hab' ihn zerstört. Der kommt gut. Der kommt. Jetzt. Mach was. Gut. Jetzt deine Chance. Ah, ich wollte links an ihm vorbei, aber er hat gut reagiert. Ja, ja, und da wär' ich gewesen. Da hätten wir was drehen können. Nur noch 60 Sekunden. Ich will Golden Goal. 40, Bro. 40. Die Pille kommt. putz. Dreck. Das ist es. Ran. Ich hab' kein Boost gehabt. Ja, 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 doch, der wirbt, der wirbt. JAAA! JAAA! Alter! Hui! Hui! Kick ma! Kick ma! Uuuuui! Das gibt glaube ich in Golden Goal... Wauuu! Oder ich reiß was jetzt noch. Oder die reißen noch was. Die sind... Also das ist ein echt ebwürdiges Spiel. Ja, die sind genau so schlecht wie mir. Ja. Aber es ist schön, dass man... Dass man quasi in aller Altersklasse und... Hi! 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 Skill... Nein! Skill... Level... Der langt net. In alle Skill Level... Quasi äh... äh... Ding... Hier hat. Puh! Puh! Jetzt wird's... Verlängerung, okay. Verlängerung! Ich verteidig, okay? Nein, das hat doch nichts gebracht. Doch, jetzt bin ich gewahr. Wir können das... Die kommen. Ich brauch Boost. Ich hab ihn erst mal... Aus der Gefahrzone geh... Oh nein! Das bin ich! Ich seh's! Äh... Hier kommt wieder Kampfmusik, denk ich. Oh ja! Oh ja! Oh, hast du das gesehen? Ja, so halber. Oh man! Ja, so halber heißt... Nein! Nein! So halber heißt... Die schubst in mich rum! Hast du ihn weg? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Yes! Das nächste Mal wieder ein! Wir sind auch dabei! Denk ich mal, oder? Auf jeden Fall! Bis dahin! Macht's gut! Tschüss! Das ist... Das ist ein Mal wieder... Bis dahin! Die schubst!